Hallöchen liebe Minecraft Freunde und somit herzlichst willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Wir haben ein Problem und zwar sind wir hier stehen geblieben nachdem es dunkel war oder während es dunkel war. Und jetzt sind hier natürlich ganz viele böse Tierchen. Was soll ich jetzt dagegen tun ist die Frage. Hatte ich nicht irgendwo eine Crafting Box gebaut. Mal gucken dass niemand kommt alles klar. So jetzt kille ich erst mir hier den PAM den Creeper. So da ist er down. Jetzt suche ich die Crafting die Workbench. So ist es ganz... Nein er hat die Kugel gekillt. Normalerweise ist es so recht einfach Creeper zu töten. Beziehungsweise dass sie nicht... Okay der explodiert. Äh nein doch nicht. Beziehungsweise dass sie nicht explodieren. Einfach hinrennen und angreifen. Dann haut es nämlich weg. So. Oh scheiße im Skeleton. Da hinten sind zwei Endermänner. Hä? Hatte doch... Dachte ich hier ne... Oh man es ist tot. Scheiße scheiße ich muss was essen. Ich muss was essen. Und das sind jetzt spinnen. Oh eine Kur schon im Gehege. Oh mein Gott es laggt. Oh mein Gott. Oh mein Gott ich kann hier rüber. Boah geh weg da. Gut dankeschön. Okay jetzt bin ich aber nicht gegen Skeletons gesichert. Das ist nicht gut. Shit. Pam. 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 Zack. What? Oh mein Gott scheiße. Hab ich nen Bogen? Hab ich... Ich hab keinen Bogen oder... Haa gut gesehen. Boah hatte ich Glück dass da ein Creeper in die Luft gejagt wurde. Huh. Äh. Ist. Boah hatte ich Glück. So warte mal jetzt brauche ich... Ich glaube ich um ne Seite. Dann kann ich mir auch später mal... Ähm. Einen Bogen machen. Ah. Geh weg da. Okay. Wie viel Seite habe ich? Drei. Perfekt. Aber es gibt's doch nicht. Ich dachte ich ja... Warte mal ich mach mal die Musik gleich. Scheiße. Ich hoffe die ist jetzt nicht für euch zu laut. Ich hatte doch... Hä? Oh mein Gott das ist ja noch der Zombie. Oh mein Gott das ist ja eh nichts Zombie sondern... Skeletten. Zack. Zack. Oh man. Pam. 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 Vielen Dank für eure Experience. Ach du heilige Scheiße. Invasion der Zombies. Äh ja also... Das ist schon gehört mir. Pam. Experience will ich haben. So jetzt bin ich sogar schon Level 6. Ich könnte... Ja ja. Ich könnte sogar... Ähm... Schon mein Schwert verstärken. Aber dafür bräuchte ich erstmal Diamanten und Obsidian und ein Buch. So und die Frage ist jetzt halt... Ich hab ja... Nur eine Wolle dabei. Und ich will hier keine Schafe töten. Weil ich finde das bringt nix. Obwohl... Ich glaub ich mach mir ja sowieso ein zweites Bett oder? Ja ne warte aber hab ich Eisen dabei? Ne ne hab ich nicht. Wisst ihr was? Jetzt egal ob da Zombies rumlaufen. Komm her. Ja genau du auch. Nein die... Oh scheiße dein Creeper. Schaff du auch. Komm mit. Scheiße man die kommen nicht. Kacke 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 kacke. Bleib drin. Bleib du drin. Komm rein. Komm rein. Komm rein. Ja genau guck. Genau. Ja genau. Perfekt. Perfekt. Nein. 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 Huh. Glück gehabt. Ich muss aufpassen dass hier kein Creeper kommt. So. Die könnten hier jederzeit drüber springen. Muss ich mal sicherer machen hier. So. Und da hast du recht. Und da hast du recht. So. Wo steht denn der Mond? Der Mond steht da. Alles klar. Wo ging er auf? Ich hab keine Ahnung. Ach das. Nein. Ach shit. Was soll ich denn? Jetzt reicht's mir. So. Ähm. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Jetzt hab ich hier schon mal ein Fence Gate. Eine Zauntür. So. Hallo. Hier ein Zombie. Und auf. Scheiße. Und auf Wiedersehen. Und zack mir nicht. Ich weiß nicht, dass es jetzt gerade hell wird wieder. Gerade jetzt, wo ich auf... Ach. Ach, hatte ich wieder ein Schwert machen. Lalalala. So. Ja, es wird hell. Klasse. Vielen Dank. Na ja, geil. Dann hol ich mir da hinten mal den Dreck. Erstmal hol ich mir hier den Arm. Dann hol ich mir da hinten... Wah. Den Dreck. Ach so. Lalalala. Geil. So. Gut. Und dann werde ich hier erstmal etwas weiter bauen. Wah. Ach. Nervt mich nicht. Hier. Nimm das und das und das und das. Genauso wie... Ja. Genauso wie du und du und du und und du. So. Äh. Ja, also. So, so, so. Ich muss immer aufpassen. Scheiße. Das ist ein Skeletten. Okay. Der brennt. Der brennt. Der kann meinetwegen brennen. Ausnahmsweise. Darf er mal seinen Spaß haben. Oh, Mann. Jo. Warum brennt denn der jetzt nicht mehr? Ja, jetzt schon wieder. Tja, Pech gehabt. So. Ah! Hilfe! Brenne nieder! Dankeschön. So. Dann gebe ich hier mal... Nehme ich mal hier die Knochen und alles. Und jetzt habe ich hier schon mal einen guten Eingang gemacht. Warte, den mache ich mal ein bisschen... Den baue ich mal ein bisschen weiter aus. So. So. Hm. Hier noch. Gut. Und jetzt ist die Schaufel auch leer. Dann mache ich hier noch... Zack, 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 zack. La, la. Ups. So. So, 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 so. So, so. So. So und so. Und dann gehe ich da hin, gehe ich da hin. Alles klar. So und jetzt geht es auf die Suche nach den Tieren. Komm zu mir. Hier, genau. Da, da warst du doch, die Crafting Box. Ey, bestimmt habe ich die auch schon im Video gesehen. Aber ich habe da nicht mehr dran gedacht. Wahrscheinlich habe ich es da in diesem Zeitraum, kurzen Zeitraum vergessen, weil ich auf Zombies achten musste. So, kommt mit. Oh, shit, ich habe... Nein, 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 nein. Kommt wieder her. Komm her. Genau. Come on. Genau, genau. So. Erstmal sollen sie wieder wegsehen. Und jetzt soll ich mir noch mehr Tiere. Ähm, diese Kuh. Schön. Sag mal, es leckt die ganze Zeit nicht, aber Standbilder kommen. Das ist nicht toll. So, jetzt komm du her. Na, hier die ganzen Schafe. Ich werde es dann... Ne, ich werde... Ach, keine Ahnung. Ach, nicht rennen. Sonst kommen die ja nicht nach. So. Alles klar, kommt hier hoch. Und jetzt... Kommt hier rein. Kommt hier rein. Go, 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 go. Genau, genau. Einer nach dem anderen. Oh mein Gott, geht das hier schnell? Kommt. Nein. Ja, genau. Verfolgt mich alle am besten. Das ist immer gut. Ja, hier hinten. Hier hin. Hier hin. Schwarz. Blackie. Blackie, komm hier hin. Genau. Oh Mann, die können hier rüber gehen. Nein, 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 nein. Okay. Nein. Whiteie, komm rein. Genau, und ciao. Okay. So, und dann hab ich...